Hallo, hallo. Ich bin Robert Corvus und da Sie dieses Video sehen, gehe ich davon aus, dass Sie meinen Kanal kennen. Ich bekomme ab und zu freundliche Anfragen, dahingehend, wie man denn diesen Kanal unterstützen kann. Und grundsätzlich gibt es da ja für YouTube-Kanäle sehr viele Möglichkeiten. Ich könnte zum Beispiel so eine Patreon-Unterstützungsseite machen, da kann man dann monatlich optieren für Beträge, die ich dann bekomme. Aber so richtig gefällt mir diese Idee nicht. Ich könnte auch YouTube-gestatten, Werbeanzeigen in meinen Videos zu schalten. Auch das habe ich weggeklickt, soweit es möglich ist, soweit ich darauf Einfluss habe, weil mich das immer nervt, wenn da so ein Video unterbrochen wird oder so eine Einblendung kommt oder so etwas. Ich versuche das zu minimieren, auch damit Sie eben diese Videos ganz ungetrübt sehen können. Wenn ich so eine Plattform wie Patreon in Anspruch nehmen würde, dann bekäme ich ja auch nicht das komplette Geld, das dort eingezahlt wird, sondern diese Plattform muss sich ja auch finanzieren und nimmt auch ein bisschen von diesem Unterstützungsgeld. Ich bin aber Schriftsteller. Für mich ist die sympathischste Vorstellung, dass ich Geld für meine Bücher bekomme. Auch da bleibt natürlich ein bisschen was woanders hängen, nämlich letztlich im Buchhandel zum Beispiel oder bei Verlagen. Aber das ist mir eine sehr sympathische Vorstellung, dass die Leute, die mit Büchern zu tun haben, die mich auch unterstützen bei meinen Büchern, dass die alle ein bisschen was davon haben, wenn sie meinen Kanal unterstützen, in dem es ja auch im Wesentlichen um Schreiben, um Lesen, um Bücher geht. Das können Sie vor allem bei bestimmten Büchern machen, einfach weil ich da genau sehen kann, dass die Käufe auf diesen Kanal zurückzuführen sind. Da habe ich den Vorteil, dass es eine gewisse Laborsituation da gibt. Da spreche ich zum einen von den E-Books, die ich im Selbstverlag bei Amazon rausbringe. Da gibt es zum Beispiel Feind, der kostet 3,49 Euro und demnächst wird es noch einige weitere E-Books geben, die dann 3,99 Euro kosten sollen. Also wenn Ihnen das sympathisch ist, was ich hier mache und wenn Sie sagen, dieser Kanal sollte unterstützt werden und in dieser Form weitergeführt werden, dann wäre mein Vorschlag, kaufen Sie über einen der Links, die ich unter diesem Video einbetten werde, eines dieser Bücher bei Amazon. Dann sehe ich nämlich, dass es über diesen Link gekommen ist und kann das zuordnen als Unterstützung für diesen Kanal. Derzeit, wenn ich dieses Video drehe, gibt es davon nur ein E-Book, nämlich Feind für 3,49 Euro. Die anderen Links werde ich im Laufe der Zeit ergänzen. Also wenn Sie dieses Video später schauen, müssten Sie eigentlich dann mehr Links darunter finden. Wenn Sie sagen, ich habe bei Amazon keinen Account, ich kann keine E-Books kaufen, hätte ich noch einen Alternativvorschlag, kostet dann allerdings 9,95 Euro. Dafür gibt es mein Erstlingswerk, sagen USB Vampire Erobern Köln. Das können Sie über meine alte Homepage, die zu meinem alten Pseudonym Bernard Craw existiert, bestellen. Kostet 9,95 Euro. Das Porto übernehme ich. Sie sehen, die sind eingeschweißt. Das ist also zwar schon recht alt, dieses Buch, aber dafür, dass es so alt ist, recht gut erhalten. Und ich würde es Ihnen natürlich auch signieren. Das wäre eine andere Möglichkeit. Das können Sie dann auch verschenken, wenn Sie sich vielleicht selbst nicht so für Vampirgeschichten interessieren, aber sagen, dieser Kanal, der sollte so fortgeführt werden, wie er gerade ist. Das ist auch ein Stichwort. Es wäre also wichtig, dass Sie halbwegs zeitnah, wenn Sie sagen, dieses Programm, was da aktuell läuft, gefällt mir, so einen Kauf tätigen. Denn ich möchte gerne ein bisschen mit meinen Formaten experimentieren, vielleicht alte Dinge mal weglassen, die ich jetzt eine ganze Weile gemacht habe, dafür neue Sachen ausprobieren. Und ich würde ja dann entsprechend auch diese Unterstützung, die dann einläuft, über diese Kauf-Links zuordnen, dem aktuellen Programm sozusagen, was ich gerade fahre auf diesem Kanal. Wenn Sie sich für sang USB entscheiden, in dem Bestellformular haben Sie so ein Anmerkungsfeld. Da wäre dann wichtig, dass Sie da reinschreiben, dass Sie das zur Unterstützung für diesen Kanal erwerben, damit ich weiß, es ist keine normale Bestellung, sondern es kommt eben dafür. Ansonsten, wie gesagt, nutzen Sie gerne die Links, die unter diesem Video stehen. Und ich glaube, jetzt habe ich auch genug dazu gesagt. Wenn Sie mögen, können Sie mich auf diese Weise unterstützen. Ansonsten wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Freude auf meinem Kanal und überhaupt auf YouTube. Bis dann, auf Wiedersehen. Vielen Dank.